was geht ab leute willkommen zurück auf meinem channel wir zocken hier mal eine runde rainbow six siege im multiplayer und wir sind im haus ja eigentlich wollte ich ja ein rapati wieder aufnehmen aber es ist sehr sehr früh 6 uhr hier bei mir und ja ist keiner online wo mit mir zockt kann man ja verstehen um diese uhrzeit da ich ja nachtschicht hatte und jetzt aufnehmen da ich später mich noch ein bisschen hinlegen möchte ja aber mal sehen vielleicht heute abend so gegen 18 uhr vielleicht kann ich da nochmals eine folge aufnehmen wo ich mit freunden aufnehmen sehen wir mal ansonsten werden wir uns hier jetzt mal alleine vergnügen wo seid ihr wo seid ihr ich suche euch diesen schüsse in der wand billiardraum ein deutscher ist hier drin aber hier haben ich drei leute ein headset plus ich eingeschlossen werden wir zu fährt aber der hat die bärenfalle aufgestellt der eine hat sich schön in die ecke reingelegt so aufpassen dass hier nicht irgendwo die barrikade aufgeht ja lassen wir ihn mal hier rein fussen da hat ja auch glaube ich der eine gelegen so ungefähr ich mach mal hier die springladung dran alter nett dass da gleich einer rausgesprungen kommt nett 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 ja Ist hier keiner drin, oder was? Okay, da war ich nicht schnell genug. Eigentlich wollte ich ihm erschießen. Jawohl. Naja. Ich habe einen Assistenzpunkt bekommen. Ja gut, der hat das so blöd gelegen. Da war ja auch der komische Schrank da im Weg. Aber okay, was soll's. Hauptsache wir haben gewonnen. Ähm. Ähm. Ja. Unser Pult. Mal sehen, was er für eine Rolle spielen kann für uns hier im Haus. Wie heißt der ganz oben? Irre. Toller Name. Das bin ich auch manchmal hier in diesem Spiel. Irre. Übermütig. Ach, und dann noch hier in so einem scheiß Raum. Das ist ja ein richtig beschissener Raum. Der andere hat auch schon gekrummelt. Das hat man gehört. Geht mal weg von da. Geht mal weg von da. Nein, geht es nicht auch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut beendet lokalisiert. Gerät ist egal. So. Scheiß Drohne. Alle Drecksdrohnen, Alter. Ja, ja, das kann man laut sagen. Ich hasse diese scheiß Drohnen. Oh, es ist dunkel draus. Das ist nicht so schön. Ja, der Raum ist aber auch sehr nett. Ich habe Nitro eingesetzt. Das ist total beschissen. Ich mach mal hier so ein Loch. Ja, gut. Das ist immer schön gesagt. Das ist immer schön gesagt. Die können von überall kommen. Ja. Hast du richtig erkannt vom Fenster? Vom kleinen Fenster. Äh, nee. Wenn man als Polizist reinläuft, sieht man doch so ein leicht, ähm, leicht Holzbalken. Das wird vom Außen da. Der hat mich durchgesnipet. Alter. Wartet. Ich sehe leider nichts dort. Nein! Oh, Mann. Oh, Leute. Du hast doch dir hier ein tolles Loch gemacht. Ja, ja, genau. Ihre. Da war er. Ja, und hier liegt einer. Hallo. Sichern die denn noch? Nee. Ich hab mal ein bisschen unten die Treppe im Auge. Ja, und ich liege hier. Alter, ohne Witz. Das ist doch echt unfassbar. Da hat das die Stadt das Loch gemacht, ohne Witz und, äh, keine Ahnung. Man kann irgendwie doch nicht den Raum beschützen. Naja, was soll's. Deswegen spiele ich nicht mehr gerne alleine. Ein Operator des eigenen Trucks verbleibt. Du, Paxas. Oh, da ist, glaub ich, einer am Fenster hinten. Achtung, einer ist gerade in den, glaub ich, in den Gefahrgut-Ding ist reingelaufen. Hey, ich hab's schon gehört. Nur noch ein Gegner übrig. Oh. Wird ja doch noch spannend hier. Der hängt noch irgendwo am Seil. Gar kein Kill gemacht, ihr. Hammerhart. Ich halt dir den Rücken frei, sag ich mal. Aber trotzdem, ich liege da und keiner kommt für mich zu heilen, ne? Das ist echt Wahnsinn, ohne Witz. Ich glaub, im Bad ist der, ja. Da kommen die, vorne. Ja, vorne, 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 vorne. Flur, 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 da kommt das bei dir. Ja, hinter dir. Oh, hat er echt gut gemacht. Aber trotzdem, wenn die Leute auf dem Boden liegen, versucht man sie noch zu heilen. Kann ich irgendwie eure Truppe beitreten? Wie Truppe beitreten? Einsatzdruck. Bist du nicht drin, oder was? Ne, glaub nicht. Ja, doch, du bist ja, du bist ja gerade bei uns drin. Achso, und ich bleib dann auch bei euch drin, oder was? Ne, wenn wir nicht rausgehen, dann bleibst du drin. Ah, okay. Ja, das ist auch, glaub ich, logisch, wenn man drin ist, dass man da nicht rausgeht, wenn man keinen Verbindungsfehler hat. Alter, 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 das hier ist echt eine richtig miese Runde. Boah. Der eine Kill habe ich ja geklaut bekommen, wo der in der ersten Runde in der Ecke gelegen hat. Aber was soll's. Wegen diesem beschissenen Schrank da. Und ehrlich gesagt, ich habe auch gar keinen Bock, mit denen zu quatschen. Ich quatsche ja hier schon mit euch, Leute. Von daher. Die sind im Keller, Jungs, in der Garage. Ja, schön, in der Garage. Okay, da haben sie die Verstärkung. Ich habe Termit am Start. Ah, die machen ja nichts zu hier. Markiert noch nicht, Jungs. Markiert erst später, wenn wir jetzt schon loslegen, sonst suchen die die ganze Zeit die Drohnen. Ja, da hat man die Drohne, wohin, wo es denn nicht drankommt. Schlaumeier. So. Wenn ihr die Treppe runter zum Keller läuft, da ist ein Dräht, also ein Sensor-Mine. Was? Hier ist Termit. Da oben macht den Fenster auf. Vorsicht. Ich habe gerade einen vorbei. Wartet. Ich mache mal eine Drohne rein. Mit dem man eine Handgranate hatte. Ja, ich komme praktisch. Hier rein. Achtung, der läuft weg. Er ist hinterm Boot, hinterm Boot. Passt aber auch. Oben auch. Ich hoffe, ich habe das auch. Ich habe meine Drohne weggeflossen. Pass auf, der ist jeder weg. Von da, wo du gerade bist. Pass auf, die können da schön durchschießen und du siehst sie nicht. Kannst du noch da aufspringen, Türmei? Hier. Ja, wenn hier keiner ist. Ja, sehr nett. Wenn du hier noch aufspringen könntest. So. Achtung, es geht los. Oben am Fenster ist einer. Hab ich. Sehr schön. Da ist einer von euch rechts weggesprengt. Dieses Garagentor. Ja. Digga, von wo, Alter? Von ganz oben, Mann. Auto, Auto. Hinterm Auto ist der eine. Bam. Hab ich, hab ich, hab ich. Bam, Alter. So. Wenigstens mal zwei Kills hier noch gemacht haben in der letzten Runde. Ihr habt gesehen, ich hab mit denen kommuniziert, ohne zu reden. Ja, war mir auch irgendwie zu doof. Oder zu faul.